Wir sehen es als gute Sache und darum arbeiten wir am Sonntag gern. Wir bauen die Brücke der Solidarität. Zum einen wollen wir sichtbar machen unser Banner. Alle, die unterschrieben haben, die Solidarität bekundet haben, das hängt oben drauf und die Kollegen beplanken geraten. Da kommen noch persönliche Botschaften, Collagen, Briefe von den Kollegen dazu. Wir wollen einfach zeigen, dass wir nicht nur 500 Zahlen sind, sondern dass wir Gesichter sind, Privatpersonen, die haben eine Familie. Das wollen wir damit zeigen. Das sind unsere Kollegen, unsere stummen Diener. Die haben alle eine Weste an sich, eine IG Metallkappe. Die stehen stellvertretend für die Kollegen. Es gibt eine Auflage für die IG Metall, dass eine Gasse zu bilden ist von drei Meter Breite. Die Poller hier stehen alle mehr als drei Meter. Ich glaube, 3,50m war ausgemessen. Die Polizei war auch schon da und hat es kontrolliert. Wir wollen einfach, dass jeder, der reinfährt, sieht, dass hier Menschen normalerweise stehen, die um ihren Arbeitsplatz bangen oder fluchten müssen. Die Verhandlungen sind zum Sozialtarifvertrag, geführt von der IG Metall. Da sind ein paar Kollegen, also ich als Betriebsratsvorsitzende, Betriebsratskollegen und andere aktive Kollegen sind mit dabei. Dieser Sozialtarifvertrag geht darum eigentlich, was die Kollegen an Geld, Bildungszeit, Qualifizierung dafür bekommen, dass ihr Arbeitsplatz enthält. Wir wissen nicht, wer morgen kommt. Es sind immer Führungskräfte vor Ort und wir kriegen mit, dass von allem, was wir hier tun, Fotos gemacht werden und weitergeschickt werden. Außerdem ist natürlich immer die Presse da, die Leute teilen es in Facebook. Also wir sind uns sicher, sie sehen es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.